und dann sieht's schon ein bisschen besser aus. Aber wir kriegen kein Atem. So, aber egal. Es hat uns gut Erfahrung gebracht. Und das ist, ähm, das, was ihr wollt, oder was ich jetzt gerade eben wollte. So, und zurück raus hier. Unbedingt. Ähm, nur... Ah! Einfach schnell raus. So. Das Ding ist, wo ist jetzt diese dumme Lichtung? Äh, nicht die dumme Lichtung, muss ich schauen. Okay. Einfach reinlaufen. Nein, hier wird's nicht sein. Oh, da vibriert der Gamepad, weil es wirklich schon knapp am Limit ist, also hart am Limit ist. Okay. Nein! Ah, blöd Kopf muss sein, Alter. Okay. So, jetzt werden wir jetzt hier weitergehen. So. Hier können wir irgendwie runter. Da komm ich nicht durch. Also muss es beim... Könnte es beim nächsten sein. So. Hier können wir auch irgendwo runter. Wir suchen das jetzt. Kein Scherz. Oh mein Gott, ich bin schon bei 43 Minuten. Da fuck. Wird es aber auch nichts sein, dann... Ich kann euch sagen, was hier ist. Hä? Hier soll es runtergehen. Hier soll es runtergehen. Woom. So. Äh, was? ja da kann ich noch nicht okay stört zu diensten hilft alles nicht wir müssen wieder verkaufen ich glaube ich level oder farm nach dieser aufnahme noch mal und zwar das gebiet unten ich merke mir das ich glaube ich höre da auf und fahren dann eine stunde oder so stein der wiedergeburt damit zwei stück von teleport stein machen über drei stück rein darf ich nur nicht vergessen wir haben nur drei stück das ist einfach schön rüstung mehr ich könnte jetzt auf risiko gehen ja wir haben jetzt keine rüstung aber jetzt kaufen wir uns eine neue so jetzt haben wir eine neue rüstung die zehn mehr rüstung bringt irgendwie und bisschen mehr lack haben momentan auch keine bessere wir haben auch keine bessere wir haben sperr staub brauchen wir nicht ein anhänger da könnten wir vielleicht noch was neues gebrauchen machen oder ein paar neue ringe aber einfach moment nicht warte mal irgendwie ja keine ahnung egal ich mache jetzt hier eine aufnahme cut und level gleich noch ein bisschen und ich würde sagen bis dahin auch da rein ich hoffe es hat euch gespaß gemacht und ich würde sagen bis dahin auch da rein und cheerio so so ist die farbstehung ciao so und damit herzlich willkommen meine lieben freunde der dass der nirgin tell unterhaltung wir haben oder ich habe gerade weil ich eigentlich auf dem weg nach oben war was gefunden nämlich das hier und wir haben das hier also kommen wir jetzt endlich mal weiter hallo 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 ja hallo hallo um mich persönlich zu besuchen. Aber zumindest kann ich dir ein Augenblick halten und dir helfen, wenn du mich brauchst. Klar, Hayley. Ich empfehle wirklich die Hilfe. Was extrem geil ist. Ähm, hilft uns ungemein. Eigentlich wollte ich leveln. Ich hab nur ein Level gemacht. Bloß, äh, ich hab's grad gesehen und hab gedacht, bevor ich das jetzt wieder vermassle, äh, oder vergesse, äh... Au. Äh, vermassle nicht, aber vergesse, ähm, holen wir uns das Teil. Kinderanhänger, cool. Ähm, nehm ich das mal eben schnell auf. Und somit haben wir jetzt erstmal, äh, alles. Nein. Zack. Bevor das verschwindet. So, jetzt können wir immer noch nichts anderes machen. Wir haben einen Kinderanhänger, was... Da war der. Okay. Hm, ich werde jetzt aber trotzdem, äh, wieder die Aufnahme abbrechen. Ich wollte es nur eben zeigen, dass wir... ...den Resonanzstein haben. Ich werde jetzt wirklich leveln gehen, ähm. Nein. Warum nicht? Ne? Das war... random. Okay. Ähm, ja. Wir sehen uns dann in der nächsten, äh, in der gleiche, in der richtigen Aufnahme wieder. Bevor ich sonst hier, ne, failen tue. Ähm. Das heißt, ich muss zusammenschneiden. Neh. Okay. Aber egal. Ich würde sagen, bis deiner... Wir sehen uns gleich wieder. In der richtigen Aufnahme. Tschö. So, und damit herzlich willkommen. Eigentlich wieder im Dorf. Äh, Europa. Und wir haben die Materialien. Endlich. Hier ist dein Payment. Wenn du bereit bist, könnte ich deine Hilfe wieder benutzen. Ich würde gerne unsere Weapons aufgreifen. Biest Spears, wild primitiv, haben feinlich schiselt Ston-Tippe, die wir für Arrow-Heads nutzen können. Wenn du mir acht Beest Spears bringst, dann bekomme ich sie für einen hohen Preis. So. Acht Bestienspeere. Mh, acht Bestienspeere. Ehhhhhh. Scheiße, was. Okay. Wellenbrecher. Ja. Okay. Hm. Wir müssen jetzt runter. Ähm. Das ist falsch. Äh. Das ist falsch. Äh. Ja, wie ihr seht, ich habe ein bisschen Geld gemacht nebenbei. Ähm. Ein bisschen. Ich war auch nicht lange. Ich habe nur ein Level gemacht. Ich wollte das nicht so übertreiben. Bei Level 14 sollten wir ganz gut da durchkommen. Äh. Mein Vorrat ist... Ähh. Ja, gut. Halt. 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 Ja, du hast die besten Waren. Verkaufsmodus. Ähm. Ja, gut. Verkaufen wir mal jedem. Das hätte ich auch offscreen machen können. Aber... Muss ja nicht. So. Gibt's keine Möglichkeit schneller zu verkaufen, ne? Okay. Ist auch egal. Ah. Cool. Schleimiger Mantel. Wird aktualisiert. So. 2000 gemacht. Weiß ich jetzt nochmal... Ah, okay. Gut. Ähm. Geht nicht. Mussten wir im Gespräch machen. So. Wir können noch eine andere Quest hier bei ihm machen. Nämlich... Wir müssen nämlich nur... Machen wir mal eben schnell. Ähm. Ich hab mit dem Leveler ab Fidget aufgelevelt. Äh. Kann ich mir mal kurz kurz zeigen. So. Jetzt sieht's. Fidget und unser Angriff ist beides auf Level 4. Das hab ich gemacht. Weil Fidget ist halt doch irgendwie ein Charakter. Der denkt man so. Wenn du so das hier siehst. Oder das hier siehst. Dann denkst du dir so. LOL. Läuft. Das ist irgendwie schwach. Ist das Gehirn? Nein. Wir kamen gerade aus dem Westen. Ah. So. Du bist derjenige, der alle reden. Ja. Jeder reden? Das hätten wir eigentlich am Anfang machen sollen. Aber wir sind durchgerannt. Natürlich. Du bist derjenige, der Donaida salviert. Mein Name ist Moska. Und ich bin auf deinem Service. Wenn du nichts brauchst, lass mich einfach wissen. Alles klar. Sag. Hast du... Hast du lange gehalten? Ich weiß nicht. Warum fragst du dich? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wenn du dich nach links der Stadt findest du dich nach links des ... vielleicht kannst du mir wissen, ob die Straßen sind sicher. Oh. Sie sind weit von sicher. Die Stadtgeistungen sagen, dass die Monstern sich auf alle Seiten der Stadt verbrüffelte. Du bist besser auf in den Wallen, für jetzt. Well, see, hier ist mein Problem. Ich habe mich mit jemandem besuchen in Denham. Es ist eine kleine Kirche auf dem Weg von Abadie's Forest. Ich denke, dass jemand ziemlich wichtig ist für dich? Well, ja. See, es geht um eine Frau. Wow, sicherlich ist sie die Gefahr. Oh, sie ist! Sie definitiv ist. Ich will nur, ich will sicher, dass sie okay ist. Mit all diesen Monsteren, da gibt es keine Worte von Denham überhaupt. Mosca, wenn meine Reise mich da nehmen, ich werde sie wissen, dass du sie über sie denkst. Oh, danke dir so viel. Du bist großartig. Du bist wirklich, wirklich großartig. Mosca, ich bin Angst, dass ich ein paar Schmerzen habe. Oh? Ist... In einer Sekunde... Wir gehen nach Denham. Es wurde auf den Boden gebrannt. Was? Oh, nein. Nein, nein, nein! Aber es gab eine Note. Es ist an dich an, von jemandem von Sarahi. Sarahi? Oh, danke dir. Oh, sie muss sein, sie ist alive. Sie muss erinnern, sie muss erinnern. Bitte, lass mich sie sehen. Was denkst du, Mosca? Sie mentioniert ein Ort, das nur die zwei von uns wissen. Es ist eine Schmerzen, nicht weit von hier. Bitte, Dust. Geh da und sie ist sicher. Ich werde folgen, aber ich bin kein Spieler. Geh da und sie ist sicher, dass du die Strecke schlägst. Geh da und sie ist sicher, dass du die Strecke schlägst. Ja, wenn Dust starts swinging that sword, you don't want to be anywhere near him. Ich habe gesehen, dass ich das Schmerzen gesehen habe. Er geht nur... So, ja. Äh, Gianni, ich muss aber nach Gehan. Gihan? Gihan? Nein, Gehan. Du hast eine neue Region entdeckt. So. Ich Idiot. Verborgener Hain. Da gehen wir doch jetzt hin. Gehen wir einfach hin. Zum Quest. Gehen wir nochmal hin. So. Da kommen wir aber nicht durch. Weil... Scheiße. Moin. Mit dir wollte ich reden. Ah, Dust. Danke dir wieder für deine Hilfe. Ja, nicht dafür. Wie geht's dir? Ich glaube, ich werde alles gut sein. Ich habe nur ein paar Zeit, um zu denken. Das ist alles. Es gibt nichts anderes. Es scheint, dass du etwas auf deinem Kopf hast. Es ist nicht klar, oder? Sehr gut. Ich habe nicht gesagt, Oneida. Aber ich glaube, dass ich mich verloren habe, als die Giants uns verletzten. Und ist es wert? Für mich, ja. Für uns beide. Es war ein Wettbewerb von ihrem Vater. In Wahrheit, das ist wirklich die einzige Sache, die wir erinnern haben. Ich glaube, dass ich ihn außerhalb der Fahne verletzt habe. Bevor die Kreaturen uns hier zurückgezogen haben. Ich lerne so, wie es ist. Ich kann es wirklich nicht nachschauen. Ich gehe nachschauen. Danke, Dust. Wirklich? Du wirst nicht wissen, wie viel das für mich bedeutet. Bauernhof. Mmmh. Diese Monster haben wirklich den Ort entfernt. Hey, Fidget, kannst du den 6. Sense von dir finden, um die Giants Beine zu finden? Hm, ja, eigentlich. Ich bekomme etwas von diesem großen, schrecklichen Hohen auf dem Boden. Warum ist es immer ein großes, schreckliches Hohen auf dem Boden? Ich werde dich zurückkommen, Fidget. In der Zwischenzeit sollten wir es für Giants und Oneida entfernen. So. Wir müssen runter. Wir gehen jetzt auch runter. Wir gehen jetzt auch runter. Ja. Das ist mies. Das war knapp. Äh. Noch einmal den ganzen Schnüpp. Woah. Woah.